ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wie ich euch das erklärt so was ich hier gerade versucht zu erklären es wird in nächster zeit weniger videos geben und das ganze hängt damit zusammen dass ich mir so keinen lebenstraum erfüllt habe oder gerade dabei bin in mir zu erfüllen und ihr seid teil von dem ganzen glücklicherweise und werde davon auch profitieren die wort schon immer mal ein buch schreiben und mein buch ist bald fertig kalt bei die compendium wird sich das ganze nennen und ich bin jetzt auf den letzten schritten das ganze fertig zu bekommen wird nicht mehr lange dauern wir warten also es wird jetzt so ein paar wochen bis das buch fertig ist und ich möchte gerne da wirklich mein ganzes herzblut reinstecken und ich will dass es wirklich was ganz ganz tolles wird und da muss ich leider einfach zurückstecken muss aber sagen dass aktuell wahrscheinlich weniger videos geben wird aber macht euch keine sorgen bis zum jahresende hin hol ich das was jetzt an folgen die nächsten tage fehlen wird wieder auf es wird nämlich so sein dass kalt bei die compendium wird für jeden jederzeit kostenlos als download geben ihr könnt euch das ganze runterladen und dann wird ganz ganz viel rund ums thema kitesurfen erklärt und natürlich gibt es in jedem kapitel neben text fotos aber man versteht es noch vielleicht noch viel besser wenn man die möglichkeit hat erst das buch zu lesen oder einen bestimmten abschnitt zu lesen und dann auf den link zu klicken und dann ein video zu dem kapitel zu finden wo das dann nochmal detaillierter erklärt wird vielleicht als in dem buch oder halt andersrum auf jeden fall ich glaube das halt einfach eine sinnvolle ergänzung und macht dieses buch interaktiv und warum ich mich dazu entschieden habe ein ebook zu machen und nicht das ganze in druck zu geben völliger blödscheiß wenn ich euch jetzt erzählen das macht das umwelt gründen stimmt nicht ich mache das aus folgenden gründen ihr habt dadurch die möglichkeit euch dieses ebook runterzuladen und ihr könnt euch das auf dem handy mitnehmen das bedeutet wenn jemand am kitespot seid und mal irgendwas nicht wisst und denkt so verdammt das stand in diesem buch drin keine ahnung wie es genau war dann könnt ihr kurz ins handy schauen das kapitel aufmachen und dann gegebenenfalls auf den link klicken und euch dann das video nochmals ergänzung dazu anschauen das bedeutet ihr habt es immer im flugzeug im urlaub am kitespot immer mit dabei anderer vorteil warum ich mich für eine ebook variante entschieden habe ist das ganze kann von mir täglich angepasst werden also das bedeutet ihr wisst es ja ich brauche einfach feedback sagt mir wo da fehler drin sind stellt mir fragen dann kann ich noch in der faq bereich erweitern oder einfach bestimmte sachen zugeben dass das wie ich das erklärt hat nicht verständlich ist für dich das jetzt noch mal anpassen muss ich glaube damit ist schon gut was verraten und ja ich freue mich wirklich wenn ich das ding veröffentlichen werde ja also für mich für mich geht er echt ein traum in erfüllung und ja ich bin gespannt wie es euch gefallen wird also nur damit ihr es wisst ich melde mich jetzt ab ich bin jetzt ein bisschen offline und bis demnächst